Einen absolut wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Video. Top 10 Shisha Tabaksorten. Meine persönliche Top 10. Heute einmal Virginia, beim nächsten Mal Dark Blend. Fangen wir direkt an. Ich habe aber bevor wir mit Platz 10 anfangen, sozusagen noch einen Honorary Platz Nummer 11. Und das ist eigentlich auch nur einer. Und warum Honorary? Weil es gibt ihn noch nicht. Und zwar ist das der Hyde Red Jam. Ein unglaublich leckerer Bären-Himbeere-Tabak von Hyde. Den konnte man auf der Messe probieren. Der ist noch nicht raus. Er soll kommen im Sommer. Keine Ahnung, was das heißt. Fand ich unglaublich lecker. Ich hatte eine Probedose und die ist sehr schnell weg gewesen. Aber wenn ich den da gehabt hätte, wäre der sehr oft im Köpfchen gewesen. Habe ich aber leider nicht. Fangen wir mal erstmal einen Zug von meiner Pfeife. Ich habe euch übrigens auch noch kurz den Kopfball gefilmt. Zeige ich euch jetzt. So, Kopfball-Time. Ich zeige euch noch kurz, welches Setup ich gerade im Video anhabe. Das ist eine Cosmoball im SWG-Design. Sehr cool. Hat der mir auf der Messe gegeben, der die Cosmoballs macht. Wir wiegen das Ganze, beziehungsweise nullen das Ganze auch einmal. Ich werde Meerloch bauen, wie ihr seht. Und ich werde mir einen Mix bauen aus Great Fruit. Da wir Meerloch bauen, einfach locker fluffig rein damit. Es gibt Leute, die machen sich deutlich mehr Stress mit einem Meerloch. Ich mache mir das relativ einfach. Dann, für die Frische kommt noch dazu, ein kleines bisschen marokkanische Minze. Davon allerdings nur ein paar Flöckchen. Und der Rest wird aufgefüllt mit Blary. Weil gerade Must-Have in diesem Kopf hier wirklich absolut hervorragend funktioniert. Ihr könntet das Ganze jetzt auch noch ein bisschen verteilen und durchmischen, damit das absolut perfekt wird. Für mich ist das so jetzt absolut okay. Und im Meerloch bei mir auch sehr gerne auf Abstand. Ich habe mit Abstand beim Meerloch auf jeden Fall die besseren Ergebnisse erzielt. Ich weiß nicht, Kontakt gefällt mir jetzt beim Funnel sehr. Aber beim Meerloch irgendwie nicht so sehr. So, und das war es auch schon. Ganz easy peasy. Drei Sorten locker fluffig rein. Kleines bisschen verteilen. Und Abfahrt. Wenn das immer so schnell gehen würde, vom Kopfbau zum Rauchen, dann wäre das sehr, sehr schön. Wir fangen an. Platz Nummer 10. Und da hätten wir als allererstes den Bema von Loyal. Beere Maracuja. Unglaublich leckere Sorte. Sehr lecker zum reinmischen. Dadurch, dass es schon zwei Flavor sind, kann man den auch pur rauchen. Loyal. Preislich gesehen sehr, sehr attraktiv. Beziehungsweise eine der günstigsten Tabakmarken, die es aktuell gibt. Und von daher, falls ihr noch die Möglichkeit habt, euch schnell 200 Gramm zu sichern, solltet ihr auf jeden Fall gucken, ob das geht. 200 Gramm kosten dann 19,90 Euro. Da kann man nicht meckern. Platz Nummer 9. Haben wir eine Sorte, die bei mir gerade im Sommer jetzt wieder richtig im Kommen ist. Und zwar marokkanische Minze von Fok Your Life. Falls ihr den noch habt, Lucky You. Falls ihr den noch nicht habt, müsst ihr wahrscheinlich noch ein kleines bisschen warten. Dann wird das Fok Your Life System wieder als Drei-Komponenten-System holen. Das heißt, man kriegt einmal so eine Longfill-Flasche, wie man vom Welpen kennt. Die füllt man auf mit Gizzerin, weil da ist vorher nur Aroma drin. Dann kauft man sich drei Tabakpäckchen. Dann kippt man das einmal zusammen, rührt um. Und tada, wir haben wieder eine 200 Gramm Dose fertig. Und es sollte theoretisch auch günstiger werden. Wie teuer das Ganze ist, wie das dann wird, gucken wir uns an. Sobald es kommt, mache ich natürlich ein Video zu. Das sind die Infos, die ich bis jetzt habe. Hukain sagt immer wieder, ja, in zwei bis drei Wochen kommt das. Wann es wirklich soweit ist, ich weiß es nicht. Wir müssen einfach abwarten. Und dann kommt er hoffentlich schnell wieder, weil ich brauche mehr marokkanische Minze für den Sommer. Platz Nummer 8 ist direkt der nächste Loyal. Und zwar der Kier. Ein Solo-Flavor. Einfach nur eine Kirsche. Aber wirklich eine hervorragend leckere Kirsche. Und das ist er auch schon. Wenn ihr Bock auf eine Kirsche habt und ihr wollt ein Virginia haben, dann ist das die Wahl Nummer 1, meiner Meinung nach. Oder für mich. Köpfchen läuft übrigens hervorragend. Jetzt müsst ihr extra nah rankommen, weil das sind die ersten 25 Gramm, beziehungsweise bei dem Aino Overload sogar 20 Gramm. Aino hat sich dazu entschieden, die Virginia-Variante in 20 Gramm rauszubringen und die Dark Blend-Variante in 25 Gramm. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Also wenn wir schon auf 25 Gramm limitiert sind, meiner Meinung nach so viel rein, wie nur geht. Es gibt manche Köpfe, die nehmen mehr als 20 Gramm. Und dann bräuchte man mehr als nur eine Dose. Die guten Nachrichten sind zumindest, dass er nur 3 Euro für 20 Gramm kostet. Das ist günstiger als die meisten Dark Blends und auch als einige Virginia-Sorten. Günstig ist das natürlich trotzdem nicht. Achso, und der Overload ist übrigens Brombeere, Mango, Limette und Clementine. Sehr leckere Kombination. Kann man pur super rauchen. Bei mir aber meistens mit einem Dark Blend gemischt. Platz Nummer 6. Die nächste Loyal-Sorte und zwar der Ki-Ma-Dra. Und auch bei dem kann man direkt am Namen wieder raushören, was es ist. Ki steht für Kiwi, Ma für Maracuja und Dra für Traube. Ich finde, die Traube kommt fast am krassesten rüber. Aber Traube und Kiwi ist meiner Meinung nach sowieso schon eine der absoluten OG-Kombinationen. Eine meiner absoluten Lieblingsmischungen. Und dazu noch eine Maracuja mit dazu, um noch so ein bisschen die Exotic-Vibes für den Sommer dazu zu bekommen. Absolut hervorragend. Und halt wieder 20 Euro für 200 Gramm, falls ihr es noch bekommt. Die nächste Sorte habe ich zwar leider nur als Dark Blend da. Aber das Schöne bei dem Eino Dark Blend ist, es gibt fast jede Sorte auch einfach auf Virginia. Also hier bei mir gerade der Dark OH. Es gibt aber auch einfach nur den OH. Die Sorten sind unglaublich nah beieinander. Der Dark OH hat ein bisschen weniger Kühle, als es der normale OH hat. OH ist eine Guave. Und Guave war für mich schon fast gestorben, bis der OH von Eino kam. Und dann war es wieder voll am Start. Eine herbe, aber dennoch süße Guave, die einfach super geil in mega viele Mischungen passt. Ich habe den sehr, sehr selten pur geraucht. Eigentlich nie pur geraucht. Weder den Dark Blend noch den Virginia. Aber in Mischung mit anderen Tabaksorten, vor allem wenn ich süße Tabaksorten rauche, den OH dazu packen. Absolut legendär. Lieblingsmischung im Moment ist auf jeden Fall Cane Mint für ein bisschen Frische. Dann der OH als Guave. Und dann auch der Pinkman, der eigentlich total süß ist, aber durch den OH super nice gekontert wird. Wichtig. Platz Nummer 3 teilen sich direkt zwei Sorten. Und zwar ist das einmal der Holster Grape 2.0 mit einem Minzshot und der Focke Life Traube Minze. Traube und ich ist eine sehr, sehr lange Liebesgeschichte. Wir haben vor langer, langer Zeit zueinander gefunden und halten seitdem tapfer aneinander fest. Traube passt zu super vielen Sorten. Ist eine der klassischsten Shisha Tabaksorten, die es jemals gab. Wird bei mir wahrscheinlich niemals in der Top 10 fehlen, auch wenn ich im Moment relativ wenig Traube rauche, wie ich es auch schon im letzten Top 10 Video gesagt habe. Aber ich rauche immer noch sehr gerne und sehr viel Traube. Und das sind meine zwei Lieblings Traubenflavoren. Der Focke Life geht mehr in so eine klassische Richtung. Der Holster ist mehr eine moderne Interpretation einer wundervollen Traube. Und beide sind gut und mal habe ich Bock auf den und mal habe ich Bock auf den. Ich könnte mich nicht entscheiden, deswegen kriegen einfach beide den Platz Nummer 3. Das letzte Mal, dass ich Pfirsichtabak wirklich geil fand, war glaube ich vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Jahren mit dem Cold Peach. Den haben früher, glaube ich, sehr viele sehr gerne geraucht. Und auch wenn der Focke Life Peach Mint nicht 1 zu 1 irgendwie in diese Richtung geht, es ist endlich mal wieder ein Pfirsichtflavor, der mir unglaublich gut gefällt. Plus ich habe eine Mischung, die ich absolut liebe. Und zwar ist es der Peach Mint von Focke Life gemischt mit dem Green Tea von Blackburn. Wir hatten den auch auf der Messe, auf dem Messestand als Mix angeboten. Da hieß der Mixed Tea is good und wirklich die Kombination aus einem grünen Tee und einem Pfirsich ist einfach legendär. Müsst ihr auf jeden Fall probieren. Ich finde es genial und allein wegen dieser Mischung, aber auch weil der Tabak an sich sehr, sehr lecker ist, hat es der Pfirsich auf meine Liste geschafft und sogar auf Platz 3. So, kommen wir zu Platz Nummer 2. Und auch wenn ich hier wieder nur die Dark Blend Variante habe, ist das wunderschöne an Aino eben, wenn ich sage, ich rauche super gerne den Aino Dark Blend Black, dann könnt ihr euch einfach den Black Ice auf Virginia holen, falls ihr kein Dark Blend möchtet. Und der funktioniert auch wunderbar. Der Black Ice, also die Virginia Variante, hat nochmal eine etwas krassere Kühlenote. Gerade für den Sommer finde ich das aber brutal geil. Aber auch der Black als Dark Blend ist super nice. Brombeere Tabak de Excellence und spätestens seit Blary rausgekommen ist, was ja nur als Dark Blend verfügbar ist, ist Brombeere bei mir so häufig in dem Mix drin. Das ist also Wahnsinn. Verdient der Platz 2 auch die Virginia Variante von dem Aino Black. Absolut hervorragend und einfach ein geiler Tabak. Fehlt uns also noch der Platz Nummer 1 und der geht wieder an Zitrone, Minze. Auch eine absolut klassische Tabaksorte, die aber nicht besser nach TPD 2 hätte umgesetzt werden können, als so wie das Focke Live gemacht hat. Ein Gedicht an Zitrone, Minze und absolut hervorragend. Das war meine Top 10. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Bald kommt auch noch die Dark Blend Variante von meiner Top 10. Und dann guten Rauch, bis zum nächsten Mal.